Ohne technischen Fortschritt weder Wohlstand noch Klimaschutz. Doch die wenigsten Menschen lassen sich von einem Produkt nur deshalb überzeugen, weil es gute Technik bietet oder besonders umweltfreundlich ist. Eine Innovation muss immer auch ins Leben passen und nicht zuletzt gut aussehen. Wenn es um die Erzeugnisse deutscher Ingenieurskunst geht, trieb dieser Gedanke Politiker und Unternehmer schon vor mehr als 70 Jahren um, und so entstand eine Institution, der Rat für Formgebung. Dessen Geschäftsführer, Lutz Dietzold, begrüßen wir in der heutigen Folge des DECONOMY-Podcast. Mit ihm wollen wir diskutieren, ob gutes Design dazu beitragen kann, die Welt nicht nur schöner zu machen, sondern vielleicht sogar zu retten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des DECONOMY-Podcast. Mein Name ist Johannes Winterhagen. Ich bin Redakteur im Ressort Technik und Motor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit mir im Studio sitzt unser heutiger Gast, den wir herzlich begrüßen, Lutz Dietzold, den Geschäftsführer des Rats für Formgebung. Herzlich willkommen, lieber Lutz. Hallo. Lass uns vielleicht damit einsteigen, Rat für Formgebung, das ist ja den meisten Menschen wahrscheinlich keine geläufige Institution. Man stellt sich so ein bisschen etwas wie den Jedi-Rat der Designer darunter vor. Ist das dein Korrekt? Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich sind wir eine Institution, die seit mehr als 70 Jahren besteht. Kern, um das kurz auszuführen, haben wir zwei Aufgaben. Auf der einen Seite sensibilisieren wir Menschen für gutes Design. Und auf der anderen Seite zeigen wir auch Unternehmen, dass Design als Wirtschaftsfaktor relevant ist. Das ist heute, wir leben in Zeiten der Transformation, wichtiger als je zuvor. Dass man eben auch nachweisen kann, dass es eine Wirkung hat. Wie hat sich denn diese Aufgabe, am Anfang ging es ja sehr, das sagt ja auch der Name, um die äußere Form, Industrieprodukte der Deutschen, die technisch gut waren, aber auf den Messen international nicht so rejussierten, weil sie halt ugly waren, wie es in England hieß. Und eben dann auch als Thema den Bundestag tatsächlich beschäftigte. Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Geht es heute nur um die äußere Form in eurer Beratung, in euren Preisen oder um was geht es eigentlich? Ja, der Designbegriff in Deutschland wird natürlich oft wahrgenommen in einer starken Verkürzung. Styling, äußere Form. Aber Design umfasst natürlich noch viel mehr. Ja, sicherlich war zu den Zeiten der Gründung, haben wir noch von der guten Form gesprochen, auch tatsächlich da die Formfindung eine wichtige Thematik. Aber Formfindung heißt natürlich auch, Dinge müssen unter bestimmten Bedingungen produziert werden. Wie kann sich da die Form entwickeln? Wie muss die Form optimiert werden? Aber wir haben einen viel weiter gefassten Designbegriff heute natürlich. Form ist ein Aspekt, Styling ist ein Aspekt, Trends sind ein Aspekt. Aber natürlich geht es vielmehr auch darum, wie sind Produkte aufgebaut. Wir sprechen heute auch natürlich viel über das Thema Nachhaltigkeit. Auch da ist Design ein wichtiger Hebel. Also welche Materialien werden zum Beispiel verwendet? Wie ist ein Produkt konstruiert? Und tatsächlich auch im Digitalen, wir merken es besonders bei den Handys, da haben wir ja im Grunde nur ein flaches Gerät und sind natürlich auf Benutzeroberflächen aktiv. Und auch das ist ein ganz wichtiger und wichtiger werdender Aspekt des Design. Wie ist die Nutzung entsprechend hier organisiert? Wie funktionieren Apps? Wie kann ich mich durchfinden? Und wie kann ich mich eben in dieser großen Vielfalt besser organisieren? Und um den Rahmen noch weiter zu spannen, geht es natürlich hin bis zum Service Design. Also wie sind Services organisiert? Wie bewege ich mich zum Beispiel beim Fahrgartenverkauf im Bahnhof? Wie ist der Prozess dort organisiert? Auch da sind Designer aktiv, das zu organisieren und da natürlich auch immer den Link zur digitalen Welt herzustellen. Spannend zu hören. Es gibt ja Anknüpfungspunkte für verschiedene Themen, die wir gleich noch ausdiskutieren können. Vielleicht nochmal zu dem Thema Design als Wirtschaftsfaktor. Da habt ihr ja immer auch wieder Studien gemacht, habe ich gesehen. Wie weit ist das denn messbar, welchen Einfluss Design hat auf den Absatz beispielsweise eines Produkts? Wie hart kann man das nachweisen? Ja, die Messbarkeit. Also das sind sicherlich weichere Faktoren, müssen natürlich, wir können in bestimmte Industrien reinschauen. Ich will jetzt gar nicht immer das viel zitierte Apple-Beispiel nennen, wo wir das ganz klar sehen, wie insbesondere natürlich dieses Unternehmen durch die Gestaltung, durch das Design sehr, sehr erfolgreich am Markt agiert. Auch eben durch starke intuitive Nutzung. Aber es gibt natürlich viele andere Unternehmen, die sich in diesem Bereich auch stark positioniert haben und erfolgreich am Markt agieren. Wenn wir jetzt mit der deutschen Brille drauf gucken, Automobilbereich, ist es sicherlich das Design, was auch die Produkte weltweit erfolgreich gemacht hat. Da ist sicherlich auch das deutsche Design nochmal wieder spezifisch, weil es immer sehr stark schon diesen internationalen Blick hatte. Du hast vorhin die Gründung angesprochen, dass in den 50er Jahren die deutschen Produkte international nicht so erfolgreich waren. Man hat sehr schnell auch diese Designsprache in Deutschland dann gefunden oder auch an die Wurzeln aus Bauhaus-Werkbund wieder angeknüpft, um international erfolgreich zu sein. Da gab es ja tolle Wurzeln und diese Wurzeln haben sich ja oft auch verbunden, wenn du das Beispiel Bauhaus erwähnst, mit einer Demokratisierung von Produkten, auch Industrieprodukte schön zu machen. Also eigentlich wollte man ja da etwas mehr als nur ein Produkt zu verkaufen. Man wollte schon ein bisschen die Welt verbessern. Wenn man jetzt sich Produkte anschaut, die wir brauchen, um ökologischer zu wirtschaften, Elektroautos, Wärmepumpen, Strommasten für Überlandleitungen, da gibt es ja eine ganze Menge Dinge, die in unsere Welt kommen. Und viele davon sind ehrlich gesagt erst mal nicht so schön. Ist das tatsächlich ein Hindernis und wie könnte man es denn vielleicht besser machen? Ja, wie kann man das besser machen? Du hast ja jetzt Themen angesprochen, die im Moment alle ganz, ganz stark bewegen und die auch auf starke Widerstände treffen. Das heißt, wir müssen Gewohnheiten verändern. Ich habe also zukünftig nicht mehr meine Therme in der Küche hängen, sondern habe im Garten eine Wärmepumpe stehen. Das heißt, Menschen müssen ihre Verhaltensweisen auch ändern, müssen sich mit dem Wandel, mit dem Change auseinandersetzen. Und da kann natürlich Gestaltung helfen, indem diese Produkte eben auch entsprechend so gestaltet werden, dass sie auf eine höhere Akzeptanz treffen. Nun ist eine Wärmepumpe ein relativ technisches Gerät, da kann ich sagen, die kann ich jetzt ein bisschen schöner gestalten. Aber da haben wir ja auch Widerstände, die habe ich das dann in meinem Garten stehen. Brummt die Wärmepumpe die ganze Zeit? Also das sind ja Fragestellungen, die beantwortet werden müssen. Da kann Design Antworten geben, aber da kann natürlich auch die Art der Kommunikation, wie gestalte ich das, entsprechend helfen, diese Widerstände abzubauen. Also Design kann da schon ein ganzes Stück leisten. Wenn man jetzt das ein bisschen auf soziale Räume ausdehnt und sich beispielsweise eben diese Überlandstrommasten vorstellt, ist da wirklich durch Gestaltung, durch Äußeres etwas zu machen, dass sich Akzeptanz erhöht oder stört es mich so oder so? Oder auf die Windkraftanlage, die ja nun auch hier in Hessen, aber in ganz Deutschland letztlich immer wieder umstritten ist. Und zwar genau da, wo sie aufgestellt werden soll. Nicht generell, das findet jeder gut, sondern da, wo sie halt hin soll, sind die Menschen dagegen. Kann man da wirklich gestalterisch etwas tun? Naja, da kann man was tun. Bei den Stromtrassen ist ja auch was passiert. Die werden jetzt teilweise unter der Erde verlegt. Also auch da die Frage, wie kann denn Akzeptanz stattfinden? Und da geht es ja auch um Gestaltung. Wie wird sozusagen die Umweltgestaltung? Wir sind ja doch in den Metropolen immer sehr fixiert. Wie findet Stadtplanung statt? Wie findet jetzt auch der Verkehrswandel statt? Aber die gleichen Themen sind natürlich auch auf dem Land, in der Region extrem wichtig. Und ich glaube, da müssen wir einen Schritt vorher einsetzen. Da ist es nicht die Frage, kann ich den Strommast, kann ich das Windrad schöner gestalten? Sondern die Frage, wie integriere ich das in den Raum? Oder finde ich eine andere Lösung? Die Akzeptanz hängt ja, ich hatte eingangs erwähnt, eben das eine ist die äußere Form. Das andere ist, wie passt es ins Leben? Und da ist doch der urbane Verkehr ein ganz gutes Beispiel. Viele Leute fahren ja nicht Auto in der Stadt, weil sie so gern Auto fahren, sondern weil sie es für irgendetwas brauchen. Und das anders zu machen, würde eine Veränderung der Lebensgewohnheiten weit über das Aufstellen einer Wärmepumpe hinaus erfordern. Wie weit kann man da als Designer Stadträume so gestalten, dass bestimmte Verkehrsträger sich nicht nur deswegen durchsetzen, weil sie eindeutig bevorzugt werden, sondern weil sie attraktiv sind? Weil die Leute sagen, super, das will ich, das ist attraktiv und nicht, weil das andere mir verboten wird. Das ist für mich eine Frage auch der Differenzierung. Warum ist Tesla so erfolgreich gewesen oder ist es immer noch in Teilen mit dem Elektroauto? Weil es mir die Möglichkeit gab, ganz früh mich zu differenzieren. Tatsächlich zu zeigen, ich fahre einen Tesla, ich bin unterwegs mit Batterie, sozusagen mit Strom und weg vom Verbrenner. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, wenn ich mich sozusagen differenzieren will, im Gegensatz dann zu einem Volkswagen, der elektrisch fährt, weil das nicht so ein starkes Symbol ist. Und ich glaube, wir müssen das schaffen. Wie kann ich auch eben im öffentlichen Nahverkehr eine Akzeptanz schaffen? Es liegt ja nicht daran, dass zu wenig Straßenbahnen oder Busse fahren, bestimmt in bestimmten Regionen, sondern es gibt Hemmnisse bei Menschen, die einfach nicht in den öffentlichen Nahverkehr wollen. Woran liegt das denn? Muss ich meinen Raum definieren können? Brauche ich einen extra Raum, um mich nicht in eine Bahn zu drängeln, sage ich mal? Und da muss Gestaltung ansetzen, diese Widerstände abzubauen und auch eben überzuleiten in eine positive Wahrnehmung, in eine Lust auch entsprechend hier den Wandel vorzunehmen. Ich meine, das würde ja, wenn es gelänge, da ist ja der öffentliche Nahverkehr nur ein Beispiel dafür, wenn es gelänge, sozusagen Dinge so attraktiv zu machen, die dann auch im Nebeneffekt quasi ökologisch gut sind, dann würden wir ja vieles überwinden, was wir an gesellschaftlichen Widerständen haben gegen Veränderung, oder? Ich glaube, dass dieser Wandel, diese Widerstände auch gelöst werden können, indem ich ja partizipative Prozesse einleite. Ich glaube, ich muss natürlich, da ist eine wichtige Aufgabe auch, wie kann Verwaltung, wie kann Politik entsprechend hier viel früher nochmal ansetzen, um einzubeziehen und nicht das isolierte Feld nur zu betrachten. Also es ist eben gesagt, der öffentliche Nahverkehr ist ein Aspekt, das Auto ist ein anderer Aspekt, aber natürlich ist die Frage auch, wie sind Städte überhaupt gestaltet, wie findet Architektur statt. Wir haben eine große Veränderung in den letzten Jahren erlebt, das heißt, viele Menschen arbeiten von zu Hause aus. Das bedeutet eine vollkommene Veränderung des Umfelds und der Anforderungen, die Menschen auch haben. Und ja, es muss sicherlich da integrativer gestaltet werden und ich glaube, das hat das Feld des Designs auch nochmal erweitert, dass ich nicht mehr so produktzentriert auf die Dinge schauen kann. Services habe ich schon gesprochen, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, was ist denn, was ist 4C, was ist in den nächsten Jahren, was findet in fünf Jahren statt? Ist das Produkt, was ich heute produziere am Markt, findet das überhaupt noch seine Abnehmer oder muss ich nicht schauen, wie sich auch mein Geschäftsmodell als Unternehmen entsprechend verändern muss, um auf Veränderungen zu reagieren? Meine Langlebigkeit von Produkten ist ja auch ein ökologisches Kriterium und für manche Branchen ja auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Wie macht man das denn vorausschauen, was in zehn Jahren gut aussieht? Ja, also ich schaue gerne zurück. Es gibt ein fantastisches Beispiel, den Caféhausstuhl von Tonnet. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der entwickelt. Da ging es darum, dass Tonnet weltweit auch erfolgreich war. Das heißt, man muss einen Stuhl haben, den man exportieren will auch, den man zerlegen kann und gleichzeitig auch eine gewisse Leichtigkeit hatte. Und auch natürlich auf internationalen Märkten auch funktioniert hat. Und dieser Caféhausstuhl wird ja seit, naja, würde ich gerade sagen 200 Jahren, aber seit 170 Jahren unverändert fast produziert. Und niemand würde auf die Idee kommen, diesen Stuhl wegzuwerfen. Gut, aber das ist ja wahrscheinlich Intuition, die die Menschen damals geleitet hat. Kann man sowas nicht methodischer machen heute in Unternehmen? Ja, das wird methodisch auch in Unternehmen gemacht. Also ich glaube, wenn wir da bei der Möbelindustrie zum Beispiel bleiben, dann gibt es da sicherlich einige Unternehmen, die tatsächlich auf Klassiker abonniert sind. Ja, die sozusagen die Langlebigkeit schon in der Gestaltung berücksichtigen. Wird natürlich auch immer wichtiger, wenn wir in die Materialitäten schauen, eben zu sagen, wie kann ich da auch zu zirkulären Prozessen kommen im Sinne der Nachhaltigkeit. Also auf der einen Seite der Klassiker, die man nie wegwirft, aber schon auch das Ende des Produkts sozusagen beim Beginn der Gestaltung schon mitzudenken. Darf man ein Produkt ansehen, dass es nachhaltig ist? Oder ist der Bioladen dann besonders interessant, wenn man eigentlich eher ganz normal aussieht wie jeder andere Supermarkt auch? Ja, gute Frage. Also das ist das Tesla-Beispiel. Will ich mich auch als Konsument differenzieren, will ich es auch sichtbar machen? Also das ist sicherlich ein Bedürfnis, was im Markt ist. Für mich ist es eher die Frage einer Selbstverständlichkeit. Wir müssen nur sehen, dass wir in bestimmten Produkten sich auch Materialitäten und Wahrnehmungen ändern werden. Wenn ich mit Recycling-Materialien arbeite, werde ich andere Produktanmutungen auch hervorrufen. Das heißt, wenn ich einen Tisch mit einer Recycling-Tischplatte produziere, dann sieht vielleicht auch nicht jeder Tisch gleich aus. Und das muss ich sozusagen auch dann kommunikativ natürlich an den Kunden transportieren. Das muss ich aber auch an den Handel transportieren. Zu sagen, ja, es ist eben eine gewisse Einzigartigkeit, es sieht vielleicht einfach etwas anders aus. Also das spielt schon eine große Rolle. Deswegen hängt ein bisschen von der Strategie ab. Also ja, kann anders aussehen, muss nicht anders aussehen. Und das ist beim natürlichsten Produkt der Welt sozusagen Holz, wenn man an den Möbelbau zumindest denkt. Ja, ohnehin immer, fast immer der Fall, solange man nicht lackiert. Insofern dürfte das im Möbelbau kein Problem sein. Wir haben im Automobilbau beispielsweise gesehen, wo Firmen Bewusstes als Design-Element auch eingesetzt haben. Im Cockpit beispielsweise, BMW i3, denke ich gerade dran, dass das nicht immer gut ankam, sondern auch als billig wirkend beispielsweise kritisiert wurde vom Kunden. Ja, ist die Frage, wie kann der Kunde das auch verstehen, dass es eben aufgrund des Einsatzes anderer Materialien jetzt eben auch mal anders aussieht. Das ist eine Kommunikationsleistung auf der einen Seite. Und die Fragestellung natürlich, ist es bewusst eingesetzt, dass es anders aussehen soll auch, um sich hier, da kam ja relativ früh bei BMW, um sich hier auch entsprechend anders zu positionieren. Aber in vielen Bereichen sieht man es, also ich sage mal, ich gehe mal zu den Handys wieder zurück, weil es ein schönes Beispiel ist. Ein iPhone kann ich nicht auseinandernehmen. Da kann ich weder die Batterie selbst wechseln, noch kann ich das Display wechseln. Das ist verklebt, das ist zusammen, das wird sicherlich und das muss zukünftig anders aussehen, weil da, und da kommt das Design ganz früh ins Spiel, natürlich ein modularer Aufbau einfach gefragt ist. Also da werden sich Anmutungen sicherlich auch verändern, aber ist ja auch gut so. Kann man sich über Nachhaltigkeit überhaupt noch als Designer differenzieren? Also ich sehe im Prinzip bei jedem, der Rat für Fondgebung ist ja Träger des German Design Award und in fast jedem ausgezeichneten Produkt taugt irgendwo in der Beschreibung das Wort nachhaltig, sustainable, auf. Ist das überhaupt noch ein Differenzierungskriterium oder was sind die Differenzierungskriterien von morgen? Also es ist, ja, leider immer noch Differenzierungskriterium, würde ich sagen. Wir sind ja, wenn wir in den German Design Award gehen, dann haben wir ja durch die Auswahlverfahren der Jury hier schon, bilden wir ja schon, ja, die Besten ab, möchte ich sagen. Das heißt, da sind ja auch die Unternehmen dabei, die bei diesen Themen sehr, sehr weit sind. Aber es gibt immer noch viele, viele Bereiche, wo es immer noch nicht richtig durchgedrungen ist, auch gerade, wenn wir international schauen. Und ich glaube, das ist weniger eine Frage der Differenzierung zukünftig als eine Frage der Existenz. Also wir haben ja durch die EU-Taxonomien natürlich auch regulativ stehen die Unternehmen vor großen Herausforderungen und Aufgaben. Aber natürlich auch in der Selbstverständlichkeit des eigenen Agierens ist es absolut notwendig. Und Design kann darauf eine Antwort geben und Designer müssen darauf auch Antworten geben. Das Bild des Designers hat sich auch in den letzten Jahren nochmal extrem gewandelt. Lass uns mal ins Digitale springen, vielleicht ein ganz guter Punkt, weil da gibt es eine Berufsbezeichnung, die ich vor zehn Jahren noch gar nicht kannte. User Experience Designer. Das sieht man jetzt sehr häufig in der Industrie. Ich habe auch viele getroffen. Das sind Menschen, die sozusagen die Nutzererfahrung im digitalen Raum versuchen zu gestalten. Ob das jetzt so ein Bildschirm ist in einem Porsche-Zentraldisplay, was ich da sehe, in welcher Reihenfolge, wie ich es bediene. Man hat gleichzeitig das Gefühl, dass diese digitale Welt immer schwerer zu bedienen wird, weil immer mehr Funktionen reinkommen. Es gibt eine sehr kluge Kollegin hier, die drei Stunden versucht hat, mit ihrem Mann einen Kühlschrank in Betrieb zu nehmen, der nur einen Knopf hatte. Also insofern stellt sich dann doch die Frage, ist dieses Berufsbild überhaupt erfolgreich momentan? Das ist ein sehr erfolgreiches, glaube ich, dieses Berufsbild. Ich denke jetzt immer noch an den Kühlschrank und frage mich gerade, würde mal sagen, da ist der UX-Designer wahrscheinlich nicht dran gewesen. Das spielt zunehmend eine Rolle, weil, du hast es gesagt, wir leben in einer komplexer werdenden Welt. Auf der einen Seite haben wir größere Anforderungen selbst auch an die Produkte. Wir wollen auch unsere Nutzung der Produkte immer stärker individualisieren, auf eine Art und Weise. Und auf der anderen Seite muss diese Vielfalt aber so organisiert werden, dass sie bestenfalls, beim Kühlschrank war es jetzt nicht so, intuitiv dann erfahrbar ist. Und da kommt der UX-Designer natürlich ins Spiel, genau diese Erfahrung zu gestalten. Und das natürlich auch in Designprozessen, die die Nutzer schon vorab bei der Entwicklung mit einbeziehen, entsprechend zugänglich zu machen. Also der UX-Designer ist auch in gewisser Art und Weise der Kurator, der einfach da auch die Einschränkung und Einordnung vornehmen muss. Und dann kann man natürlich weiterfragen, ist das, was UX-Designer, das sind ja Menschen heute machen, in irgendeiner Weise substituierbar durch künstliche Intelligenz? Werden Designprozesse vielleicht überhaupt in anderen Bereichen auch immer stärker unterstützt, so wie es Grafiker vielleicht bei Medien sind? KI wird auch den und beeinflusst schon ganz, ganz stark den Designbereich, wird natürlich auch schon stark genutzt. Wo das wirklich uns alle hinführen wird, können wir, glaube ich, noch gar nicht absehen. Und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, die natürlich in allen anderen Transformationen nochmal etwas länger war, wird uns, glaube ich, förmlich überrollen. Wir können uns, und ich glaube, wir müssen uns dem stellen, so muss sich das Design auch dieser Herausforderung stellen. KI findet natürlich auch im generativen Design schon ganz viel Einsatz. Das hat tatsächlich auch mit dem Digitalen viel zu tun, nämlich mit einem großen Variantenreichtum. Auch da wieder mit einer großen Individualisierung schauen wir in den Automobilbereich. Die Displays werden digital und in bestimmten Märkten, wenn wir nach Nordamerika schauen, ist die Erwartung des Autobesitzers da. Auch diese Display-Modi immer zu verändern. Diese Varianten können nur KI-unterstützt entwickelt werden, aber es braucht dann auch den Designer, der entsprechend dann hier natürlich auf der einen Seite einsteuert und auf der anderen Seite auch entsprechend auswählt, modifiziert. Also ich denke, dass der Designer, auf den Designer hier eher größere Aufgaben zukommen. Wir haben ja ähnliche Diskussionen geführt, als Microsoft Clipart eingeführt hat. Und wir gedacht haben, oh Gott, werden die Grafikdesigner jetzt überflüssig, weil jeder gestalten kann. Ist auch anders gekommen. Ist anders gekommen und das ist jetzt, also für die ich mich richtig erinnere, fast 20 Jahre her. Jetzt haben wir gesprochen über Digitales im Design zuletzt. Lassen wir uns zurückgehen in die analoge Welt, in die menschliche Welt. Wenn ich das richtig verstehe, dann versucht der Rat für Formgebung auch Bildungsinstitutionen, Lehrer insbesondere zu adressieren mit Fragen, wie kann ich denn Design als Technik, als Kulturtechnik vermitteln? Wie weit ist gutes Design, vielleicht sogar guter Geschmack tatsächlich lehrbar oder lernbar? Ja, da gehen wir fest von aus. Eine unserer Kernaufgaben, wie ich vorhin sagte, ist, Menschen für gutes Design zu sensibilisieren. Und darum haben wir vor ein paar Jahren ein Projekt gestartet, in dem wir tatsächlich an die Schulen gehen. Dort mit Designern, Designworkshops, Designprojekte entsprechend machen, weil, warum gehen wir an die Schulen? Weil wir da natürlich auch die Möglichkeit haben, wirklich die Gesellschaft in der Gänze zu erreichen. Und wir haben über Design Awards gesprochen. Da sind Juries, die begutachten Dinge, die treffen Entscheidungen. Da geht es um Qualität, da geht es um Aspekte, eben wie Nachhaltigkeit, mit welchen Materialien ist es gestaltet, wie ist das Produkt entsprechend gestaltet. Und dazu werden Qualitätskriterien angewandt. Und es geht uns allen ja nicht anders. Wenn wir zum Beispiel in ein Geschäft gehen, suchen uns ein neues Produkt aus, dann fassen wir das an, dann schauen wir, passt das oder nicht. Ganz beliebtes Thema ist immer Licht. Gut, ich kann jetzt sagen, die Leuchte sieht schön aus, ästhetisch, aber wie ist das Licht, wie ist die Lichtwirkung? Wie ist sie dann im Raum, in den ich sie integriere? Genau, ja. Diese Sensibilität, das braucht tatsächlich Schulung, das braucht ein Herangehen und auch eine Heranführung. Und das ist der Grund, warum wir an Schulen gehen und dort eben diese Sensibilisierung vornehmen. Wir würden auch gerne die Curricula natürlich ändern, sagen wir Design als Schulfach. Aber wir gehen da eher als Graswurzelbewegung vor und sagen wirklich, arbeiten direkt mit den Schülern zusammen. Das ist sehr spannend. Und interessanterweise findet das tatsächlich nicht nur und immer weniger im Kunstunterricht statt, sondern wir sind in ganz vielen Fächern unterwegs inzwischen, weil dort auch Design helfen kann, wieder zu visualisieren. Auch da haben wir es mit großer Komplexität zu tun. Wir müssen Informationen anders aufbereiten. Informationsdesign ist da ein Stichwort. Das heißt, wir sind auch im Physik- und Matheunterricht unterwegs oder auch zum Beispiel im Ethikunterricht. In die Breite gehen Sie auch, zumindest als mitwirkender und starker Initiator der Design-Hauptstadt der Welt. Und die wird im Jahr 2026 Frankfurt sein. Design Capital of the World, wenn ich den Titel richtig in Erinnerung habe. Das klingt toll. Was haben wir denn zu erwarten? Ja, das wird super spannend. Also nochmal einen kurzen Schlenker zurück. Der wird tatsächlich vergeben von der World Design Organisation alle zwei Jahre international. Die letzte Entscheidung wurde eben auf der General Assembly, die war in Tokio getroffen. Und da wurde eben Frankfurt-Rhein-Main gekürt als World Design Capital 2026. In zwei Jahren ist es soweit. Und da haben wir ganz viel zu erwarten. Ich finde es ein ganz starkes Zeichen. Und viele bringen ja Frankfurt-Rhein-Main nicht unbedingt mit Design als erstes in Verbindung, sondern vielleicht mit Finanzen. Aber ich glaube, da haben wir schon gesprochen. Da gibt es eben auch ganz viele Bezüge zum Design. Und das ist ein Thema, was ganz stark von der gesamten Region getragen wird, von der Stadt Frankfurt. Wie werde ich das denn als Bürger erleben, wenn ich jetzt in zwei Jahren hier durch die Stadt laufe? Also das Programm wird tatsächlich, da gibt es ganz schöne Regularien, wird im Herbst bekannt gegeben. Es gibt eine Durchführungsgesellschaft, die gerade kräftig am Arbeiten ist, am Vorbereiten ist. Und das Kernthema ist Design for Democracies, Atmospheres for a better life. Und ich glaube, das ist ein sehr zeitgemäßes Thema, was uns alle im Moment auch sehr stark umtreibt politisch. Und hier wird auf ganz vielen Ebenen mit Projekten gearbeitet werden. Und es wird viele Bezugspunkte auch geben. Es wird Ausstellungen geben. Es wird sehr viele partizipative Formate auch geben, um hier alle Akteure aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft, aber auch aus der Politik und Kultur entsprechend mit einzubeziehen. Das heißt, wir müssten eigentlich dann im Herbst nochmal sprechen, wenn Sie das genaue Programm verraten dürfen. Denn da sind wir sicher ja gespannt. Am Ende ist ja das eine das, was im Hintergrund passiert. Das andere, was ich als Bürger erleben kann. Design for Democracy klingt für mich nach, irgendwie jeder darf so ein bisschen mitmachen, auch mitgestalten. Ist das die Intention dahinter? Ja, ich denke, das ist eines der zentralen Anliegen, wirklich hier ganz groß die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaften und Kommunen entsprechend mit einzubeziehen. Wir haben ja auch die Möglichkeit natürlich hier entsprechend auch so ein Thema nicht nur im Leuchtturm Frankfurt zu zeigen, sondern wirklich auch zu sagen, was bedeutet das eben auch für kleinere Kommunen. Wir hatten es vorhin in Windrädern gehabt, da bin ich in kleinen und Kommunen, die konfrontiert sind, wie kann ich eben da Prozesse, partizipative Prozesse anders gestalten, im wahrsten Sinne des Wortes gestalten und hier entsprechend Lösungen entwickeln. Also da sind auch alle aufgefordert, sich entsprechend mit Projekten einzubringen und ich glaube, das wird toll. Ja, dann schauen wir uns das an, wenn es näher bekannt ist. Ja, zum Schluss habe ich mir überlegt, frage ich Sie einfach, was aus Ihrer persönlichen Sicht Ihr liebstes Designstück ist und bitte Sie, das ein bisschen zu begründen. Was wäre das, den Turnitzstuhl hatten Sie schon genannt, der wird es dann vermutlich nicht sein, sondern? Nee, aber jetzt komme ich doch wieder mit etwas Historischem um die Ecke. Phono Super SK4 von Gütele und Dieter Rams von der Firma Braun, eine Kompaktanlage aus dem, ja, 56, 57, glaube ich, ist hier entworfen worden. Das ist mein Lieblingsdesignstück. Das sind die legendären mit den runden Knöpfen und den sehr flachen metallenen Fronten. Genau, der an der Seite Holz, dann aber das Chassis tatsächlich aus Metall und dem Plexiglasdeckel, wurde immer Schneewittchensack genannt. Den habe ich gefunden, ich glaube, da war ich so 14 Jahre alt, das heißt Anfang der 80er Jahre auf dem Flohmarkt und war ich mit Design noch gar nicht so. Aber das hat mich so fasziniert, das stach so heraus und sah so anders aus, dass ich mir den dann gleich zugelegt habe, ja. Und tatsächlich, so hat mich dann der Weg später dann zum Rat für Formgebung auch geführt, dessen Präsident... Über den Schneewittchensack. Über den Schneewittchensack, der eben auch von Dieter Rams gestaltet wurde und der dann eben, als ich dann später nach Frankfurt kam, zu der Zeit auch Präsident des Rat für Formgebung war. Also das hat mich nicht mehr losgelassen, das Thema. Also Design kann einen sehr packen. Sie wissen übrigens, dass es auch ein Auto gab, das Schneewittchensack hieß. Ja, ja, ja. Ja, insofern, dass der Hörer sich vielleicht nochmal, wenn er das Auto vor Augen hat bei diesen Worten, sich nochmal im Internet umtut. Was denn darunter zu verstanden ist? Ein sehr, sehr, sehr schönes Gerät. Wegweisend auch dadurch, dass es eben letztlich sehr stark durch die Bedienung geprägt war. Was braucht der Nutzer wirklich, anders als manche Oberfläche heute, wo man dreimal klicken muss, um zu dem zu kommen, was man wirklich will? Vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs. Der Knopf an sich, der ist ja nicht mehr so beliebt bei den Designern, erst recht nicht bei den Autodesignern. Aber so eine schlechte Erfindung ist der doch eigentlich gar nicht, oder? Der Knopf. Der Knopf oder der Drehregler. Ja, der Knopf ist keine schlechte Erfindung. Ich mache aber noch einen kleinen Schlenker, was nämlich damals auch der Fall war und uns, glaube ich, auch nochmal beispielgebend für heute ist, Nescavier, den habe ich dann auch, natürlich ging der Plattenteller dann irgendwann mal nicht oder irgendwelche Lämpchen gingen nicht mehr. Den habe ich einfach unten aufgeschraubt und selbst repariert. Ich glaube, auch das ist nochmal beispielgebend für heute wieder. Auch da lohnt nochmal der Blick, was auch damals zum Beispiel möglich war, eben bestimmte Dinge auch selber mal in die Hand zu nehmen. Mit analoger Technik, muss man freilich sagen. Man musste nicht löten und schweißen können dafür in der Regel. Insofern ein bisschen einfacher war es schon damals, einfach weil die Technik auch einfacher war. Und jetzt nochmal zurück zum Knopf. Ja, Knöpfe, Schieberegler, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir merken das vor allen Dingen, glaube ich, sehr stark im Automobil im Moment durch die Digitalisierung, durch die Benutzeroberflächen, wie wir eben durch Touch-Displays teilweise abgelenkt werden, wo wir einfach vermissen, dass wir den Drehregler brauchen. Also auch hier plädiere ich eindeutig für einen ganz bewussten Einsatz auch solcher Bedienelemente. Wir können nicht alles digitalisieren. Nicht alles digitalisieren, nicht alles weglassen. Da wäre ja auch am Ende nichts mehr übrig. Lieber Lutz, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Wir haben wieder viel gelernt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, über Design, über Technik berichten wir nicht nur in Technik und Motor, sondern fast jeden Tag in der Zeitung gedruckt oder auf FAZ.net. Und natürlich immer wieder auch in diesem Deconomy-Podcast. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder vorbeischauen. Auf Wiedersehen.